TORIS TEATIME Ihr kaufen möchtest und gar nicht so viel Eigenkapital hast, dann Kann Daniel Satschik wahrscheinlich helfen Hausfinanzierung ohne Eigenkapital? Kein Problem Ich stelle gerne den Kontakt Für euch her Auf ne Tasse Tee mit Bürgermeister Kandidat Timo Beckmann Parteilos aus Hamburg Und bald aus Husum, richtig? Das stimmt, vielen Dank Denn du planst umzuziehen Auf jeden Fall, 1.5. steht fest Ob du Bürgermeister wirst oder nicht Du ziehst nach Husum Wunderbar, dazu gratuliere ich schon mal ganz herzlich Weißt du denn, auf was du dich Einlässt, einmal natürlich hier zu leben Aber auch möglicherweise Bürgermeister Zu werden? Ja, ich glaube Auf das hier zu leben, da bin ich schon einigermaßen Darauf vorbereitet, also es ist nicht so, dass ich jetzt Aus einer Blitzaktion Sozusagen nach Husum ziehe, sondern Das ist schon 2 Jahre vorbereitet Seit 1.5 Jahren suchen wir Also ich und meine Partnerin Eine Wohnung hier und haben eine gefunden Es geht los Wo ungefähr? Passer Lotziring Okay, gut Neubaugebiet da, direkt südlich der Schule Was macht Husum für dich lebenswert? Warum gehst du aus der Großstadt Hamburg Nach Husum? Ich habe da auch gelebt, für mich war es klar Schnell wieder zurück Aber warum du? Ich möchte es fast als romantisches Verhältnis Bezeichnen Es liegt hauptsächlich an den Menschen Jede Begegnung, die ich hier in Husum habe Mit Menschen ist immer freundlich Es ist immer zuvorkommend Echt? Die Leute mussten mir mal vorstellen Tatsächlich Also wirklich so Für mich jedenfalls vom Erlebnis her Das krasse Gegenteil zu Hamburg Da ist irgendwie jeder gehetzt Alle sind irgendwie für sich Jeder lebt in dieser Anonymität Und da auszubrechen Ist schon attraktiv für mich Sehr schön Wir wollen versuchen Im Laufe des Gesprächs auch zu erfahren Was es attraktiv für dich macht Hier in dieser schönen Aber doch schwierigen Stadt Bürgermeister werden zu wollen Aber lass uns dich erstmal als Person kennenlernen Du bist Hamburger Genau Was machst du da beruflich? Was hast du vorher getan? Was sind deine Erfahrungen Die du auch möglicherweise mitbringst In das Amt des Bürgermeisters? Ja, also momentan arbeite ich Für eine gesetzliche Unfallversicherung Für die Verwaltungsberufsgenossenschaft VBG Das klingt schon mal schön trocken Verwaltung, das passt Das stimmt Genau Also wir haben natürlich auch Rechtsvorschriften und so weiter Sind vom Bund auch gesteuert Müssen uns natürlich an Sozialgesetzgebung halten Sind dementsprechend sehr fremdgesteuert Also dieses Geschäft sozusagen Oder diese Kultur Die glaube ich Habe ich schon begriffen Und adaptiert auch insofern Habe aber auch eine lange Zeit Als Wie nennt sich das Geschäftsführungsassistent Bei einem mittelständischen Softwareunternehmen gearbeitet Die haben halt Elektronische Unterhaltungsware Angeboten Und habe dort sozusagen Die Geschäftsführerin Direkt zugearbeitet Bin auch eher so ein Zahlenmensch Deswegen auch da immer Was zahlenbasiert ist Jetzt auch in der Unfallversicherung Zahlenbasiert bei mir Genau Und habe sozusagen Da hauptsächlich Meine Sozialisation Erfangen Wie gestaltest du deine Freizeit Deine Gegenkandidaten Haben alle gesagt Hobby ist Politik Hoffentlich hast du Ein anderes Hobby Ja tatsächlich Ist Politik Früher auf jeden Fall Ein Hobby gewesen Jetzt ist es auch Eher so In Freizeitgestaltung Dass man sich immer Mal anguckt Was läuft politisch Aber eher so auf Bundesebene Also Regionalität Hier in Husum Ist auch erst seit zwei Jahren Muss ich sagen Bin ich da einigermaßen Firmen Aber natürlich nicht Stark involviert Warum sollte man sich Als Hamburger Mit der Husumer Stadtpolitik Auseinandersetzen Also wenn man halt Vorhatte hierher zu ziehen Dementsprechend Ist es natürlich dann Als Interesse gewachsen Bei mir auch Genau Aber sonst Hobby Was machst du Wenn du dich informierst Ich habe einen Rechner Bin sozusagen ab und zu Mal am Zocken gewesen Sehr gut Das Hobby ist sozusagen Stark runtergefallen Weil ich ja kurz bevor Ich mich auch Auf das Bürgermeisteramt Beworben habe Oder die Kandidatur Angestrebt habe Einen Masterstudiengang Gemacht habe Parallel zu der Vollzeitstelle in der Arbeit Und dementsprechend Blieb halt wenig Ja ab und zu mal Sport Das ist aber auch Ein bisschen wieder runtergefallen Soll hier in Husum Wieder richtig losgehen Dass ich wieder mal Ein bisschen in Shape komme Sozusagen Haben ja viele Möglichkeiten Hier in Husum Sport zu treiben Hast du schon Durch mehrere Gespräche Erfahren Das stimmt Du sagst als Junger Mensch Jüngerer Mensch Du bist Mitte 30 Als noch jüngerer Mensch Hast du dich mit Politik Auseinandergesetzt Auch parteipolitisch Warst du in der Partei aktiv Tatsächlich war ich mal Ganz kurz bei der CDU Habe es auch bei den Grünen Mal irgendwie versucht Weil bei der CDU Habe ich mich nicht Also die Hamburger CDU Nicht so richtig Beheimatet gefühlt Hamburger CDU Ist doch Deutlich konservativer Als die Schleswig-Holsteinische Soweit ich weiß Ist das so Also ich habe So ist das was ich mitbekomme Dass die da eher Ich habe es Also ich kann jetzt nicht Für die Schleswig-Holsteinische CDU sprechen Gerade unter Daniel Günther Habe ich sozusagen So einen Aufbruch Auch in der Zukunftsgewandtheit Erlebt Muss ich sagen Und da wünsche ich mir Von der Hamburger CDU Für jeden Fall Mal ein bisschen Progression Was wäre denn deine Wunschpartei gewesen Du gehst jetzt als Parteiloser Kandidat An den Start Von wem hättest du dir Am liebsten die Unterstützung Gewünscht So mit welcher Partei Dass man das so einschätzen kann Identifizierst du dich Am ehesten Tatsächlich mit den Grünen Weil die Themen Die die Grünen vertreten Für mich Zukunftsthemen sind Und ich relativ Wenig Zeit damit verbringe In der Vergangenheit Sozusagen Zu verbringen Und dementsprechend Nach vorne gucke Nun haben die Grünen Sich vor ein paar Tagen Für einen anderen Kandidaten Entschieden Den sie unterstützen Die Grünen hatten ja Genau wie die SPD Das deutschlandweit Quasi ausgeschrieben Mensch wir suchen Einen Kandidaten Ja Hattest du dich darauf beworben Nein Warum Ich habe von Anfang an gesagt Ich möchte parteilos antreten Welche Vorteile bringt das mit sich Also ich sehe eher sozusagen Den Nachteil Weil es in Husum ja so ist Dass man über den Gemeinderat Sowieso parteilich vertreten wird Also die repräsentative Teil Der Demokratie Ist im Gemeinderat abgebildet Und auch dieser Gemeinderat hat ja auch Ein Bürgervorsitzenden Vorsteher Also wird man dort halt Relativ direkt vertreten Und auf der gegenüberliegenden Seite Auf der Verwaltungsseite Sitzt halt der Bürgermeister Und soll prinzipiell immer das tun Was sozusagen die Gemeinde Ihm beauftragt Unser aktueller Bürgermeister Ist ja auch Nicht direkt Partei zugeordnet Also parteilos Das klappt seit vielen Jahren Die einen sagen gut Die anderen sagen nicht so gut Aber es funktioniert seit vielen Jahren Also muss kein Defizit sein Okay Wie sollen denn Timo Wenn du keiner Partei angehörst So Die dir ja auch Geld reinsteckt In den Wahlkampf In die Werbung Wie sollen die Leute eigentlich Auf dich aufmerksam werden Wenn ich durch Husum fahre Jetzt seht man überall die Plakate Ich sehe Ich sehe die Kandidaten Aber ich sehe wieder Weder dich Noch den jungen Mann aus Sylt Der sich beworben hat Wie soll man auf euch aufmerksam werden Ja wir haben natürlich das Problem Was du schon ansprichst Wir haben halt keine Partei im Hintergrund Ich habe momentan Etwas in der Pipeline Das sozusagen auch Plakate involviert Aber ich bin auch sehr dankbar Über alle Einladungen Die ich bekommen habe Wo ich am Podiumsdiskussion Teilnehmen darf Auch da wird man mich sehen Ich habe einen Internetauftritt Wo man theoretisch auf mich Aufmerksam werden kann Genau theoretisch Wenn man aktiv danach sucht Genau und ich versuche jetzt sozusagen Die Awareness Also halt sozusagen Die Wahrnehmung der Husumer Ein bisschen in diese Richtung zu schieben Dass es mich halt auch gibt Und wo man mich findet Wo man Informationen über mich findet Ja und wie versuchst du das Also diese Awareness zu schaffen Wie sollen sie auf dich aufmerksam werden Also ich habe auch vor Selber jetzt noch Podcasts sozusagen Herzustellen Zu produzieren Und zu veröffentlichen Aber wie gesagt Auch ein paar Plakate Möchte ich noch An den Start bringen Und wie gesagt Am 1. Mai ziehe ich um Momentan ist relativ viel Auch Umzug Aber man kann sich Auf jeden Fall Auf mich freuen Sozusagen In den letzten beiden Maiwochen Dann wird dein Gesicht noch häufiger Hier irgendwo zu sehen Bestimmt Dann wird deine Stimme Möglicherweise zu hören sein In diversen Formaten In Podiumsdiskussionen Gut Wie hoch siehst du denn deine Chance Bürgermeister zu werden Der Kandidat der andere Der Herr Schmidt sagte Ja 20 Prozent Fünf Kandidaten Jeder hat die gleiche Chance Wie siehst du das? Tatsächlich muss ich sagen Ich schwanke da zwischen Euphorie Und Realität Und ich glaube realistisch Werde ich mir schwer tun Wirklich die Masse In Husum Bewegen zu können Jedenfalls so Wie es aktuell läuft Und euphorisch muss ich sagen Ich traue mir das Amt zu Und ich Spiele um zu gewinnen Dann lass uns jetzt mal Wie es so schön heißt Über Inhalte sprechen Gerne Wir sind noch Jung und frisch Du bist 35 Ich bin auch in meinen Jung 30er Jahren Was kannst du denn Was möchtest du denn Für Menschen in unserem Alter In Husum machen Und vor allem für die Menschen Die Grad 20 sind Weil da ist in meinen Augen Noch Luft nach oben Oder wie siehst du das? Ich finde das relativ schwierig Also klar Ich sehe das halt Dass da Luft nach oben ist Ich sehe aber auch Dass momentan Angebote wachsen Das was ich als Bürgermeister Machen möchte Auf jeden Fall Ist halt Raum dafür zu schaffen Dass Angebote Von den Husummern selbst Etabliert werden können Hier vielleicht marktfähig werden Und dementsprechend halt Auch Angebote stattfinden Ein Kernpunkt Dieses Angebots Ich würde ganz gerne Sowas wie Pop-up Stores Hier in Husum einrichten Ein bis drei Stück Erstmal Um zu pilotieren Ob das überhaupt ankommt Und ich würde gerne Junge Menschen dazu Anstiften Euphorisieren Dass die in diesen Pop-up Stores Selber Konzepte entwickeln Und selber Konzepte dort testen Ob das auch hier Eine Marktreife erlangen kann Also könnte ich da Ein Podcast Studio Etablieren möglicherweise Bestimmt Gut Dann ist das Thema Junge Leute Die tagsüber Ein Pop-up Store betreiben Tagsüber Sport treiben Dann ist irgendwann Feierabend Was können sie In ihrem Feierabend In Husum künftig machen Solltest du Bürgermeister sein Was wäre deine Vision Natürlich kannst du nicht sagen Ich mache eine Disco auf I know Aber was ist deine Vision Für junge Menschen In Husum Dass auch junge Menschen Mal nach Husum kommen Und nicht alle nur wegfahren Tatsächlich würde ich ganz gerne Mehr Veranstaltungen Hier zulassen Planen Gegebenenfalls auch Städtisch begleitet Umsetzen Wie kann sowas funktionieren Städtisch begleitet Das würde ich unserem Bürgermeister Im nächsten Mal vorschlagen Also wie kann sowas aussehen Ich würde mich dafür einsetzen Dass es einen Beirat Von jungen Menschen gibt Die in der Stadt Ein gewisses Mitspracherecht erhalten Dass dann sozusagen Dem Bürgermeisteramt Gegenüber auch vertreten werden kann So dass sozusagen auch mal Diese Interessengemeinschaft Auch ein politisches Sprachrohr bekommt Und dann sozusagen Gemeinsam mit diesem Beirat Sachen zu planen In Husum Für Husum Ist das ein Vorteil für dich Dass du Und das ist nicht Despektierlich gemeint Dass du naiv an manche Sachen rangehst Bestimmt Ja Du bist nicht vorbelastet So in dieser Art Das stimmt Ich stelle mir noch viel vor Wo ich dann sozusagen Auf der Realität Auf der Realitätsebene Sozusagen nochmal ankommen muss Aber klar Da gibt es ja viele Projekte Die Die es gibt Die es schon lange gibt Die aber Stagnieren Die nicht vorwärts gehen Über einige Das sind häufig Tourismusthemen Möchte ich jetzt mal mit dir sprechen Die Themen begleiten uns schon ganz lange Werden auch noch Viele, viele Jahre Wahrscheinlich Dauerthema sein Dauerbrenner sein Was sind deine Ideen Für Dockhock Für Schiffbrücke Oder Klaikuhle Oder fürs Schwimmbad Was sind so deine Ideen Wie möchtest du da vorgehen Wie möchtest du da alle Player An einen Tisch bekommen Wie möchtest du da die Wogen glätten Was sind da so deine Ideen Was sind deine Schwerpunkte In Sachen Tourismus Für Husum Also grundsätzlich Abreißen kann ich ganz gerne mal Den Dockhock Ich habe mich letztens In den Haushalt In die Haushaltssatzung Nur zur Klarstellung Dockhock abreißen Jedenfalls das Gebäude Zurückbauen Das wäre ein PRQ So Bergmann reißt den Dockhock ab So schlimm wird es dann nicht Zum Glück Ja also wie gesagt Das Gebäude zurückbauen Das wäre mir persönlich Ein Anliegen Wie man dazu kommt Das haben wahrscheinlich Viele schon versucht Aber Ich wollte gerade sagen Die Idee ist da Ich kann halt auch An der Stelle nur sagen Gespräche Gespräche Weil wenn man nicht spricht Dann tut sich meistens auch nichts Ich würde aber Aber ganz gerne selber Also dieses Thema Mit dem Badesteg Das wurmt mich persönlich Auch als Außenstehende Wurmt mich das Weil ich nicht verstehe Woran es hakt Und wenn es eine Geldfrage ist Oder so Dann würde ich auch als Husumer Bürgermeister Privat dafür sorgen Dass da endlich mal ein Badesteg Kommt Sodass man da nicht immer ständig Da den Dockhock Und runterkasseln muss Jedenfalls an dieser Badestelle Ansonsten muss ich sagen Mir persönlich Also ich habe in die Haushaltssatzung 23 reingeguckt Habe ein paar Daten Das kann man auf meiner Seite Auch ganz gut sehen Zusammengetragen Wie hoch sozusagen Mittelfristig der Schuldenstand Der Stand wird Wenn alle Investitionsplanungen Und alle Vorhaben so umgesetzt werden Wie sie momentan stehen Und ich habe dabei Bauchschmerzen Muss ich ehrlich sagen Und möchte halt auch nicht Der Bürgermeister werden Der einen hohen Schuldenstand Verantwortet Und der den vor sich hertragen muss Und die Stadtkasse Dadurch belastet wird Und wir ungefähr Nichts mehr damit machen können Außer Tilgung Und Schuldenzinsen zahlen Dementsprechend Muss ich halt sozusagen Hier auch ein bisschen Darum werben Dass die Husumer Noch ein bisschen Geduld haben Insbesondere bei den Themen Auch Hallenbad Weil es halt wirklich Der größte Kostenfaktor ist Und ich auch verstehe Dass da Ein Bedürfnis nach Schwimmen in Halle ist Nichtsdestotrotz Ist es halt wirklich Eine riesen Kostenposition Aber ich bin zum Beispiel Auch jemand Der sagt Nicht jede Gemeindestraße Muss jetzt sofort saniert werden Ausgebaut werden Erschlossen werden Wir müssen halt kritisch Einmal prüfen Wie wir den Haushalt konsolidieren Für was würdest du denn Wenn du es frei entscheiden könntest Geld ausgeben Aus dem Haushalt Wofür würdest du das Wie würdest du da priorisieren Für was würdest du Geld ausgeben Ja also tatsächlich Einmal das Dockhock-Thema Weil es halt wirklich Eine Wunde ist In der Tourismus Und Eigenwahrnehmung Der Husumerinnen Ich würde ganz gerne Geld ausgeben Dafür Dass die Stadt Barrierefrei wird Das ist also sozusagen Mit meinem Kernthema Kommt auch ein bisschen So aus der gesetzlichen Unterversicherung heraus Inklusion ist für mich Ein Riesenthema Und ich finde es halt Ein bisschen Also wer sich sozusagen Für die Unternehmer Für die Unternehmer Die da vor Ort sind Und so Und vielleicht auch Platz Veranstaltungen Dann zu schaffen Insbesondere halt Für Hafentage Oder vielleicht auch Eine Erweiterung Das Weihnachtsmarktes Kann ich mir da gut Gut vorstellen Die Vision soll an der Stelle Nicht halten Sondern soll sozusagen Sich relativ vergrößern Im Laufe der Zeit Aber es ist natürlich auch An der Stelle wieder Eine Kostenfrage Ob ich das dann Priorisieren muss Kann und werde Kann ich an der Stelle Heute noch nicht sagen Dann geht es ja auch darum Leute nach Husum Zu bekommen Ihnen einen Wohnort Zu geben Mietpreise in Husum Sind astronomisch Echt hoch geworden Wohnplatz ist Mangelware Was sind da so deine Ideen Wie du die Wohnungsnot In Husum bekämpfen möchtest Ich bin ja selber betroffen gewesen Siehste Anderthalb Jahre Hier was gesucht Und letztendlich was gefunden Was aber auch sozusagen Preistechnisch eher Außerhalb der Wohlfühlzone liegt Aber man muss halt auch Irgendwie nehmen Was man kriegt Ich würde gerne Mich von Wien inspirieren lassen Die Wiener haben ja Einen sehr starken Sozialen Wohnungsbau Der sehr bezahlbar ist Lange angelegt Und deswegen wahrscheinlich Auch heute noch bezahlbar Aber irgendwie muss man ja mal Langsam irgendwas schaffen Wo man Methoden an die Hand bekommt Hier Wohnraum zu fördern Der für alle da ist Der bezahlbar ist Und vor allen Dingen Der auch barrierefrei ist Das ist wieder auch mein Persönliches Anliegen Glasfaser ist ein Thema Gibt gerade Großen Ausbau Visionen Von den Stadtwerken Telekom mischt sich ein Husum braucht sicherlich Glasfaser Keine Frage Was ist da so dein Deine Meinung zu Glasfaser Warum Du kannst nicht sagen Warum es es nicht gab Aber in die Zukunft blicken Ist Glasfaser wichtig Für unseren Standort Auf jeden Fall Würde ich sagen Weil die Zukunft ist halt digital Und wer da sozusagen Und wer da sozusagen nicht Über das notwendige Beitbrand Verfügt Der wird halt irgendwie Abgehängt Also an der Stelle Ist es gut Dass es begonnen hat Und wir müssen sukzessive Durchziehen Dass die ganze Stadt Glasfaseranschluss bekommt Zumindest Breitbandanschluss bekommt Husum Stellt jetzt eine Klimamanagerin ein Das wird dich als Als Grün-Sympathisant Will ich mal sagen Sicherlich freuen Was sind deine Ideen Für eine möglicherweise Emissionsfreie Stadt Das ist zu doll Aber was sind deine Ideen Für eine grüne Stadt Husum Für die grüne Stadt am Meer Tatsächlich Höre ich das zum ersten Mal Bin positiv überrascht gerade Gibt es nicht Gibt es nicht Nein Das habe ich mir gerade ausgedacht Aber tatsächlich Wäre für mich ein Anliegen Radverkehr zu fördern Tatsächlich auch Die Innenstadt Insofern autofrei zu bekommen Dass Transportvehikel Entweder elektrifiziert sind Oder halt auch Nur noch eingeschränkt Verkehren dürfen Ich weiß nicht Ob man es kennt Aber es gibt halt Mittlerweile Transportlastenräder Die wirklich viel Auch tragen können Die auch sehr groß sind Und viel Platz wegnehmen Kennt man aus der Innenstadt Aus der Großstadt Ja Da wird sowas häufiger genutzt Genau Wie stellst du dir Gespräche mit der Husumer Wirtschaft Eine starke Wirtschaft Eine der wenigen Kleinstädte In Schleswig-Holstein Noch floriert Aufgrund der starken Wirtschaft In Innenstadt Und Gewerbegebiet Wie stellst du dir Gespräche vor Wenn du sagst So Husum Autofrei Ja ich denke Da werde ich viel Andere Perspektiven Kennenlernen Ja Nichtsdestotrotz Ist das für mich Ein Vorhaben Was man halt perspektivisch In die Zukunft tragen muss Und sollte Und man kann sich da auch Als Unternehmer glaube ich Eher weniger verschließen Vor Vor dem Thema Man kann es versuchen Zu vermeiden Aber wie gesagt Auch da biete ich gerne Gespräche an Ich bin da Nicht einer Der da vehement Mit ideologischen Fahnen Ich sag mal Tatsachen schaffen möchte Sondern Es soll halt alles Sukzessive verändert werden Sich anpassen Auf zukünftige Begebenheiten Und dementsprechend Ist es mir wichtig Auch die Husumer Wirtschaft Da mitzunehmen Aber klar Letztendlich Dieses Diese Prämisse bleibt Husum soll halt Autofrei werden Die Husumer Neue Husumer Stadtmarketing Kambanja Heißt Husum Erleben Wie stellst du dir Ein Husum Künftig In ein paar Jahren Vor Wie man Husum Ganz toll erleben kann Außer eben Dass der Auto frei ist Was stellst du dir vor Also wenn ich Wenn ich jetzt mal Weit vorgreifen darf So ein kleines bisschen Italienurlaub Ohne dass man Italien-Check hat Nämlich dass man einfach Durch die Innenstadt geht Und irgendwie ist alles belebt Irgendwie ist überall was los Irgendwie gibt es viel Außensitzmöglichkeiten Man kann sich hinsetzen Was essen Einen Kaffee trinken Man hat vielleicht auch Irgendwie Kulturangebote Die in der Stadt Innerhalb der Stadt Wechseln Und so weiter Vielleicht auch ein bisschen An Sehenswürdigkeiten Vielleicht auch ein kleines Laienhaftes Kunstprojekt Irgendwie fördern Sodass Insgesamt die Stadt Ein bisschen Belebter wird Dass halt Menschen In der Stadt sind Und Dafür müssen natürlich Weitere Gewerbetreibende Nach Husum Dementsprechend auch Nachverdichtungsangebote schaffen Es soll aber auch so sein Dass Also der Gewerbehebelsatz Der Stadt Nicht als Belastung Empfunden wird Gleichzeitig sollen aber ja Natürlich Husumerinnen und Husumer Davon Partizipieren Das auch sozusagen Steuereinkommen In die Stadt fließen Und zurück An den Bürger gehen Und das sozusagen grob Abgerissen Wie gesagt Und diese Pop-Up-Store-Idee Dass man vielleicht auch Insgesamt als Husumer Verwaltung Ein paar mehr Daten Darüber gewinnt Was eigentlich in Husum Optimal läuft Und was nicht Was ist denn dein großer Vorteil Den du mitbringst Weil du eben Keiner der schon ganz lange In Husum lebt ist Den Vorteil Den du aus der Großstadt mitnimmst Was ist so dein Was zeichnet dich da aus Wo du dich auch absetzt Von den anderen Kandidaten Die schon ewig In der Stadtpolitik Auch unterwegs sind Ja tatsächlich Ist das halt einerseits Vorteil einerseits Auch Nachteil für mich Ich habe keine Verbindungen In die Husumer Politik Und bin dementsprechend Relativ neutral Wenn ich dann gewählt sein würde Müsste ich sozusagen Dieses Feld an Verbindungen An Kommunikation Mir erarbeiten Und neu begründen Und hätte da sozusagen Auch ein Ganz anderes Standing Als jemand Der schon Verflechtungen hat Der schon von heute an weiß Vorbelastet ist vielleicht So in die Richtung Kann man auch so nennen Ja Genau Und dementsprechend Ich gehe halt ohne Eine Parteibrille An dieses Amt ran Ich gehe ohne Eine Wirtschaftsbrille An dieses Amt ran Und stehe sozusagen Jedenfalls ist das Mein Paradigma Für diese Wahl Für meine Kandidatur Stehe allen Husumann gleichwertig Zur Verfügung Du musst es ja Eine bestimmte Anzahl An Unterschriften Bekommen Sammeln Damit du zugelassen wirst Das stimmt Zur Wahl Wie hast du diese Stimmen bekommen Und wie hast du diese Leute Dazu animiert Eine Stimme für dich abzugeben Mit welchen Themen Ich habe einen Flyer erstellt gehabt Den kann man auf meiner Seite Auch noch abrufen Der ist auch nicht aktualisiert Und sowas Der Flyer sozusagen Die Husumann habe ich dadurch gewonnen Dass ich einerseits Einen Tag mal In der Innenstadt Versucht habe Mit dem Tisch Und dann mich Vor Ort vorgestellt habe Aber wie das halt so ist Man läuft eher so An jemandem vorbei Der sich groß Aufgebaut hat In der Innenstadt Und dann auf ein Zoo läuft Also da habe ich weniger Zuspruch erhalten Und dann habe ich einfach gesagt Okay dann gehe ich jetzt Random irgendwo durch Husum Klingel an Türen Und wo mir aufgemacht wird Werbe ich um eine Stimme Das hat letztendlich funktioniert Ja und Themen waren tatsächlich Wirklich für mich Barrierefreiheit Wohnen war ganz viel Und halt auch Dem demografischen Wandel Der Stadt ein bisschen vorgreifen Inwiefern dem demografischen Wandel Vorgreifen Also Deutschland wird ja Deutschland wird immer hälter Husum wird immer älter Die jungen Leute Gehen immer eher weg Guckt die 18 Uhr Die Stadt an Da ist tote Hose Wie willst du dem vorgreifen? Also ich würde mich Ganz gerne vorbereiten Auf diesen demografischen Wandel Deswegen halt auch Ein bisschen autofreier werden Ein bisschen mehr Angebote Ein bisschen mehr Sitzen Barrierefreiheit Solche Geschichten Aber klar Auf der anderen Seite Wenn die Jungen natürlich auch weglaufen Dann zieht das natürlich Auch den Altersdurchschnitt Deutlich runter Wir müssen halt auch dafür sorgen Dass junge Menschen Hier sich selbst verwirklichen können Hier Lebensqualität erfahren Und hier auch bleiben wollen Einmal noch zurück Was wir zum Anfang hatten Doghook Lebensqualität Ja Das Hotel Die Brandruine weg Was soll da am besten hinkommen Oder gar nichts? Wie Was stellst du dir vor? Wenn es alles ginge Was würdest du dir da vorstellen? Na okay Also wenn alles ginge Ja Rein hypothetisch Dann finde ich persönlich Ganz charmant Dort einen Campingplatz zu haben Der ein bisschen mehr Raum kriegt Aber sozusagen auch Eine Parkmöglichkeit zu haben Auch das habe ich mal mitbekommen Dass das dort sehr schlagloch Lochig ist Wenn das ein Wort ist Ja der Parkplatz ist eine Frechheit Ja Genau Also da würde ich schon gerne Dafür sorgen Dass das einmal modernisiert Und angepasst wird Dass man da auch parken Vernünftig parken kann Genau Ich meine in Schobel Gab es ja Gibt es ja noch Einen Campingplatz Da entsteht ein neues Modell Heißt der Bedarf Die Bedarfe Einen Campingplatz Neu zu bauen In Husum Sind sicherlich groß Vielleicht kannst du noch einmal Abschließen Was zum Thema Schobel Sagen Ist ja ein Stadtteil von Husum Ein sehr sehr schöner Der aber sehr umstritten ist Gerade was die Planung Der Zukunft angeht Was ist da deine Meinung Zu Schobel Wie stellst du dir ein Schobel Vor In den nächsten Jahren Tatsächlich ist es so Dass ich mir für Schobel Wünsche Dass Schobeler mehr In die Stadt Sich integriert fühlen Diese Eingemeindung Ist sozusagen kulturell Ja noch nicht abgeschlossen Man ist immer noch Schobeler Und nicht Husumer Und so weiter Das ist nicht Despektierlich gemeint Aber ich hätte gerne So einen reintegrativen Ansatz Und dementsprechend auch Vor Ort ein paar mehr Möglichkeiten Bessere Bessere Verkehrsanbindung Tatsächlich Und vor Ort halt auch Möglichkeiten Die es hier auch in Husum Bereits gibt Also insbesondere halt auch Diese Campingplatzgeschichte Bin ich Fan von Außer von der konkreten Umsetzung Also Campingplatz vor Ort Finde ich gut Vielleicht nochmal ans Reißbrett gehen Wie genau das ausschauen soll Ich habe jetzt alle fünf Kandidaten Interviewen dürfen Wir werden uns halt auf der einen Oder anderen Podiumsdiskussion Sehen Das stimmt Jetzt sollst du mir aber bitte Nochmal verraten Auch ich bin wahlberechtigt Warum ich meine Stimme Denn dir geben sollte Und das darfst du entweder mir erzählen Oder den Zuschauern Ich würde mich über jede Stimme Erkenntlich zeigen In der Form Dass ich jeden Husumer Und jede Husumerin Vertreten werde Ich möchte das Mitspracherecht Husums Ein bisschen steigern Also das einzelne Husumer Oder der einzelnen Husumerin Möchte dafür sorgen Dass die Stadt ein bisschen Barrierefreier wird Wir sukzessive mehr Lebensqualität In die Stadt bekommen Wohnen ist für mich Ein ganz großes Thema Und insgesamt möchte ich Aber auch dafür sorgen Dass der Haushalt sich konsolidiert Dass die Verwaltung Ein bisschen effektiver wird Dass wir Digitalisierung Auch durchziehen Und jetzt nicht nur angefangen haben Genau Und dass sozusagen Jeder Husumer das Gefühl hat Es tut sich jeden Tag Ein Stück was Es tut sich nicht alles Oder es wird nicht immer Alles angerissen Sondern an konkreten Themen Wird jeden Tag gearbeitet Das sollen die Leute mitbekommen Das wäre auch mein großer Wunsch Das wäre toll Wenn wir das erfahren Und wir nicht immer Darüber sprechen müssten Warum irgendwas Nicht geklappt hat Gut Dann sage ich Vielen Dank für deine Zeit Ich danke Vielen Dank Dass du in meinem Teatime Ego Special warst Hier haben wir jetzt Alle Kandidaten vorgestellt Die sich Mitte Mai Zur Wahl aufstellen lassen Um Husums neuer Bürgermeister zu werden Auch dir wünsche ich Ganz viel Erfolg dabei Dankeschön Wir sind gespannt Wie es weitergeht Und wie auch immer es ausgehen wird Herzlich willkommen in Husum Danke